Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 27. September 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten mit einer Korrektur im Dnipro-Delta auf der Ostseite des Dnipro-Flusses. Nordöstlich der Stadt Orleschke zeigen frische Drohnenaufnahmen russischer Truppen am Ufer des Konker-Flusses. Der Konker-Fluss verläuft hier entlang dieser Linie. Auf Basis dieser Aufnahmen wurde eine Korrektur vorgenommen. Dieser gesamte Bereich fällt von der Grauen in die Rote Zone und wird aktuell von der russischen Infanterie kontrolliert. Erst kürzlich hatten wir die russische Präsenz an der Eisenbahnlinie am Konker-Fluss besprochen. Das war hier dieser Abschnitt. Heute also nochmal ein Nachtrag zu dieser Veränderung. Etwas nördlicher dieses Abschnitts befindet sich die Antonowski-Eisenbahn-Brücke. Das ist hier diese Brücke. Nachdem die Ukraine an dieser Brücke einen Brückenkopf errichtet hat, verstärkte die russische Seite ihre Präsenz gegenüber. Daher sehen wir hier aktuell verstärkte russische Aktivität. Das erstmal zur Situation an der Dnipro-Front. Weiter geht's in Richtung der Saporizhia-Frontlinie. An der Stelle starte ich mit einem Nachtrag zu den gestrigen Nachrichten bezüglich eines ukrainischen Großangriffs mit dutzenden Einheiten gepanzerter Fahrzeuge. Diese Information stimmte nicht mit der Realität wie bei einem, wie ich noch gestern gesagt hatte. An diesem Abschnitt war es relativ ruhig. Es wurden lediglich Stellungskämpfe registriert. Das bestätigen alle meine vernünftigen Quellen vor Ort. Die Aktivität der Artillerie ist dabei weiter sehr hoch. Ein bekannter russischer Militärblogger spricht von einem Angriff auf Verbove mit der Stärke eines Bataillons. Auch das entspricht nicht der Realität. Die Ukraine hält sich aktuell weiter zurück, mit großen Kräften anzugreifen. Und so sind weiter kleine Gruppen aktiv. Mit diesen Gruppen gelingt der Ukraine weiter. Langsam ein Erfolg in Richtung Verbove. Wir sehen abermals einen Vorstoß am Wallstrich westlich der Siedlung. Den ukrainischen Truppen gelang es, entlang dieses Wallstrichs vorzurücken und die Stellungen an diesem Wallstrich einzunehmen. Die Veränderung beträgt in Zahlen etwa 500 Meter in Richtung Verbove. Dieser Bereich wird bzw. wurde seit zehn Tagen umkämpft. Damit fehlt der Ukraine nun der letzte Sprung in das Dorf hinein. Der nordöstliche, Entschuldigung, der nordwestliche Teil von Verbove bleibt weiter in der grauen Zone. Zum heutigen Abend gibt es nach wie vor keine Bestätigung dessen, dass die Ukraine sich im Dorf festigen konnte. Allerdings können wir das im Laufe der nächsten Tage erwarten. Die russische Seite kontrolliert definitiv nicht mehr den nordwestlichen Teil der Siedlung. Das erstmal zum Abschnitt. Verbove in der Region Novabrakopivka. Da werden weitere Kämpfe gemeldet. Auch hier greift die ukrainische Seite weiter an und versucht, die Kontrolle über die Höhen nordöstlich von Novabrakopivka zu erlangen. Das ist hier dieser Abschnitt, der aktuell intensiv umkämpft wird und sich in der grauen Zone befindet. Ukrainische Fahrzeuge bewegen sich regelmäßig entlang dieses Wallstrichs in Richtung dieser Positionen. Es kommt zu Kämpfen. Die Ukraine kontrolliert nach wie vor nicht die Höhen nordöstlich der Siedlung. Die russische Seite konzentriert hier nach wie vor große Kräfte, mit denen es gelingt, die ukrainischen Angriffe abzuwehren. Dahingehend verbleiben wir hier erstmal mit intensiven Kämpfen in der grauen Zone. Wir werden die Situation hier natürlich weiter beobachten. Wie vorgestern bekannt gegeben wurde, sind bereits die ersten US-Panzer des Typs Abrams in die Ukraine angekommen. Russische Militärblogger erwarten sehr bald den ersten Einsatz dieser Panzer an gerade diesem Frontabschnitt. Der ukrainische Geheimdienstchef wiederum behauptet, dass diese Panzer bei speziellen und durchdachten Durchbruchsversuchen eingesetzt werden. Die Vereinigten Staaten hatten angekündigt, 31 solcher Panzer an die Ukraine zu übergeben. Es gibt nun aber Gerüchte, dass das Pentagon weitere 30 solcher Panzer an die Ukraine übergeben will. Bestätigung dessen gibt es aber erstmal von offizieller Seite nicht. Damit verlassen wir diesen Frontabschnitt in Richtung der Donetsk Obelest. Die russische Föderation verlegt aktuell neue Eisenbahninfrastruktur im Süden der Donetsk Obelest. Ein ehemaliger Berater des Bürgermeisters der Stadt Mariupol veröffentlicht heute ein Bild eines Brückenbaus, etwa 40 Kilometer nordöstlich der Hafenstadt Mariupol. Die Brücke wird aktuell bei Hranidne über den Kalmiusfluss gebaut. Auf der Karte ist das hier zu erkennen. Hier sehen wir die Siedlung Hranidne und hier fließt der Kalmiusfluss. Also irgendwo hier soll bald eine Eisenbahnbrücke errichtet werden. Ehrlich gesagt war es abzusehen, dass die russische Seite hier die Eisenbahninfrastruktur verbessern will. Deshalb schauen wir uns jetzt einfach mal die Situation der Eisenbahnlinie im Süden an. Ich habe hier spaßeshalber mal alle Eisenbahnverbindungen im Osten und Süden der Ukraine eingezeichnet. Diese sind hier in Gelb zu erkennen. Bitte nicht von den anderen Linien verwirren lassen. Es lässt sich erkennen, dass die russische Föderation nur zwei Eisenbahnverbindungen in den Süden der Ukraine hat. Einmal die uns bekannte Verbindung über die Krimbrücke, das ist hier diese Linie. Von dort aus kann die russische Seite sowohl die Stadt Melitopol und Togmak versorgen, als auch die Dnipro-Frontlinie. Es gibt aber noch eine zweite, etwas weniger bekannte Verbindung. Und zwar reicht diese von der Stadt Donetsk über die Stadt Volnovach in Richtung Mariupol, beziehungsweise ebenfalls in Richtung Togmak und Melitopol. Das Problem ist hier aus russischer Sicht die Entfernung zur Frontlinie, denn die beträgt teilweise nur fünf Kilometer. Zum Beispiel im Abschnitt Novomokailovka sind es knapp fünf Kilometer von der Frontlinie. Damit ist diese Linie in Artilleriereichweite und auch der Bahnhof der Stadt Volnovach ist nur 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die russische Seite braucht eine dritte Variante in Anbetracht der verstärkten ukrainischen Angriffe auf die Krimbrücke und damit einen möglichen Ausfall dieser wichtigen Eisenbahnverbindung. Gegeben dessen, dass die russische Seite eine Eisenbahnbrücke in der Region Khranidna errichtet, können wir davon ausgehen, dass das Ziel möglicherweise das Verbinden der Städte Taganrok und Rostov am Don mit dem Süden der Ukraine sein soll. Vermutlich wird also diese Eisenbahnlinie in etwa erweitert und an das Eisenbahnnetz Mariupol-Volnovacher angeschlossen. Das würde die Abhängigkeit von der Eisenbahnader auf der Halbinsel Krim erheblich reduzieren und die logistische Versorgung im Süden der Ukraine vereinfachen. Dennoch befindet sich diese bald neu errichtete Brücke nur etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt und ist damit in Heimars-Reichweite. Selbst wenn diese Brücke also fertiggestellt wird, können wir ständige ukrainische Heimars-Angriffe erwarten und dann muss die russische Besatzung mit ständigen Reparaturmaßnahmen rechnen. So aktuell die logistische Situation im Süden der Ukraine. Wir werden das Ganze natürlich weiter genauestens verfolgen. Weiter geht es in Richtung der Donetsk-Frontlinie. Wir starten kurz südlich der Stadt Marienka mit einer kleinen Korrektur an der Frontlinie. Vor einigen Tagen hatte ich angesprochen, dass die graue Zone an diesem Abschnitt erweitert wurde. Tatsächlich hatte die ukrainische Seite hier einen lokalen Erfolg und konnte diesen Bereich einnehmen. Das betrifft die Positionen an einem Wallstrich. Insgesamt eine unbedeutende Veränderung in dieser Region. Dennoch wollte ich das Ganze der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Damit geht es direkt weiter in Richtung der Stadt Bachmuth. Heftige Kämpfe werden von der südlichen Flanke der Stadt gemeldet. Der ukrainischen Streitkraft gelang es, die russische Streitkraft teilweise von der Eisenbahnlinie zurückzudrängen. Und dahingehend wurde die graue Zone an diesem Abschnitt erweitert. Wir sehen, dass hier ein größerer Abschnitt entlang der Linie von der roten in die graue Zone fällt. Die Eisenbahnlinie wird aktuell umkämpft. Das bestätigen beide Seiten. Lokal versuchen, ukrainische Sturmgruppen sich hinter den Schienen zu festigen. Bisher wird kein wesentlicher Erfolg dabei registriert. Lediglich südlich von Andrivke hatte die ukrainische Seite Erfolg, wie wir bereits gestern besprochen hatten. Ein russischer Militärblogger von diesem Abschnitt spricht von der Verlegung von Kräften von der nördlichen Flanke Bachmuths an die südliche Flanke. Diese Kräfte werden wohl zum Füllen von Lücken eingesetzt, wie er behauptet. Er merkt an, dass so die nördliche Flanke geschwächt wird, wo die Ukraine sich seit Wochen passiv verhält und die Initiative an die russische Streitkraft übergeben hat. Das erstmal zur Situation auf der russischen Seite der Frontlinie. Das ukrainische Operationskommando Ost hat heute bekannt gegeben, dass sich etwa 500 Kämpfer der Wagner-Gruppe auf dem Territorium der Ukraine aufhalten. Einige Quellen sprechen von ihrer Präsenz bei Bachmuth. Andere Quellen wiederum behaupten, dass Teile der Wagner-Gruppe bzw. der ehemaligen Wagner-Gruppe an die Dniprofront verlegt wurden. Es scheint, als hätten die verbleibenden 6000 Söldner in Weißrussland nach dem Tod von Prigorshin vor einem Monat einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterschrieben oder sich nach Afrika begeben. Das behauptet heute eine ukrainische Quelle. An der nördlichen Flanke gibt es wie immer keine wesentlichen Veränderungen. Damit sind wir am Ende des heutigen Berichts. Wenn dir diese Zusammenfassung geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren. Und noch eine Bitte an meine regelmäßigen Zuschauer. Unter meinem Video gibt es die Möglichkeit, mittels Klick auf die Glocke die Benachrichtigungen zu aktivieren. Bisher haben nur etwa 6000 von ihnen diese aktiviert. Ich würde Sie freundlich bitten, diese zu aktivieren, falls noch nicht geschehen. Das unterstützt meinen Kanal, vor allem das Wachstum meines Kanals. Und dazu bekommen Sie eine kurze Benachrichtigung bei einem neuen Video meinerseits. Ansonsten vielen Dank dafür. Damit sehen wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.